Ist das, äh, 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 Mariana? Mariana? Blend mal auf. Sie geht auf die Tankstelle. Golf San Diego? Was kauft man jetzt auf Tankstelle? Bier. Ein Benzin. Bier und Benzin 5050. Ja, wenn man die Verkaufsstatistiken auf den Tankstelle gibt, das ist ein Benzin, glaube ich, nur noch so sekundär. Ja, ich auch. Um den Gewinn zu machen. Ja, das stimmt. Ach so, ein Wasserhähn. Ja. Da hat sich lautere Motorengeräusche. Ja. Ja. Ja.